Metroids? Nee. Ich glaube von den Dinger sind auch bei hier. Genau hier. Der Seite. Ich weiß nicht, dass die Leuchten schießen. Egal. Äh, die Tür geht aber trotzdem nicht auf. Ah, verdammt. Okay, es hat also nichts gebracht. Außer verschwendete Zeit. Und bedenkt, das ist genauso meine Zeit wie auch eure. Da ist halthaftig. Da ist halthaftig. Ich wusste mal, dass hier irgendwas war. Wenn hier so ist. Ja. Ach so. Ich krieg keinen Schaden. Ach so. Wenn ich jetzt Strom anwerbe, würden die Dinger mit der Stacheln hoch und runter gehen. Und unten würde sich diese... Fließbänder bewegen. Und das wäre ziemlich... Letztlich. ... 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